Hallo, herzlich willkommen zurück beim RedDogs für unser Let's Play Sid Meier's Pirates. Weiter geht's mit uns spielen. So, wir müssen diese Friedensvertragung mitbringen. Oder mitverfolgen. So, ich versuche einfach die beste zu machen. Erstmal hier heranzoomen. Ich weiß auch nicht, wo waren die Ziele, aber wir machen uns das. Ah, da vorne ist das. In Nouveau Paris. Oder wie ich kann einfach euch sagen. Neue Pariser. Neue Pariser. Oder Neue Paris. Okay, jetzt. Wir gehen mit dem Bürgermeister. Ich werde zum Neugewinner von Santa Marta ernamen. Ich habe große Vorrede, was jetzt angeht, RedDogs. Ich gehe davon aus, dass ihr auf mein Schiff achtet geben werdet, während ich meiner neuen Aufgabe widme. Schöne. Schon wieder einen. Der muss man einfach wieder zurückbringen. Ja, ja, super. Okay, das machen wir auch. Oder? Aber ich weiß auch nicht, was war die Missionen. Friedensverfahren. Wir werden wahrlassen. Oh, ne. Ich muss das bitte über die Statuse. Moment, Moment. Statuse. Ne. Ah, Kapitalenburg. Frankreich liegt nicht mehr im Krieg mit England. Ja, okay, okay. Besuch der Siedlung Nouveau Paris. Ja, das haben wir gemacht, aber... Wo ist das? Na, weiter geht's. Egal. Wir müssen zurück die Leute bringen. Der neue Gewinner. Jetzt einmal drei Schiffe. Kommt auch. Hey, hallo, wo geht er? Ja, ich kann der nicht... Äh, hallo. Ha, ha, ha. Oh. Erstmal eskortieren diese neue Gewinner und dann gehen wir zurück einfach. Werden wir auch behaupten. Werden wir nicht kriegt. Ich glaube auch nicht. Oh, oh. Pirate. Weg, weg, weg. Wir wollen keine Pirate. Ja, gut. Die Friedensverfahren. Ich trage, ist egal. Jetzt. Mission ist nicht bestanden wieder. Aber wir gehen nach Santa Marta. Ja, wie ist der? Hier. Hallo, komm mit. Ah, die Pirate. Super. Sollen wir die Pirate angreifen? Nee. Ach, der neue Gewinner kommt nicht an. Ah ja. Super. Ah, nun, das sind zwei Pirate. Nee, 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 nee. Super. Oh, danke. Ja, was will der uns? Oh, danke. Wie der Krieg mit die Spanier, mit die Engländer und die Holländer. Ah ja. Der König hat mir beholfen, die spanische Stadt Rio de Arsha, Friedens Angebot zu unterbreiten. Äh, das Angebot wird durch ein Mile-Runner-Karriere bewahrt. Bitte sorgt dafür, dass dieses Schiff sicher sein Ziel erreicht. Okay. Es ist auch nicht so weit weg. Oh, schau, ich schau, ich schau mal wieder auf die Karte. Äh, ah. Das ist nicht weit. Okay, hopp, 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 hopp. Ah. Wie der greift wieder an, die Pirate? Nein. Ah ja, und jetzt? Alles okay. Kein Friedensvertrag. Wie die Spanier. Okay, ich werde sagen... Spanische... Oh ja. Nee. Das ist gedrückt. Ah. Egal, wir liegen immer noch im Krieg. Gut. Ja. Feier, Männer! Feier, feier! Ja, ja, neben dran. Aber jetzt, 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 Achtung. Jetzt, jetzt, Achtung. Ich werde sagen, wir übernehmen das Schiff. Kann sein Feuer. Oh, oh, okay. Oh, da geben wir uns alles. Jawohl. Ja, nimm alles und andere Schiff versenken in die Regel. Die Pirate greifen an, ja, ja, ja. Oh, was machen wir? Oh, das gibt ein Schiff. Ah, Transport. Ah, ne Gouverneur. Ah, ja, komm. Oh, sechs Kanonen, aber ein DINIR. Oh, ho. Voller Power. Das war nichts. Nein. Nein, 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 nein. Ach, zu spät. Okay. Kämpfe. Da spielt mal noch mehr. Jetzt. Weg. Oh. 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 Hey hey hey, das ist der Fluch Bulaus. Ich spogne ein Sein Stock. So weg weg weg. Hallo. Weg. Da ist die Sonne Kampfernummer. Und wieder. Aber ich lass mich nicht ergeben. Ah! Die liebe Röne Malle kommt zur Malle weg. Oh nein! Jetzt! Jetzt! Der soll verschwinden, der wieder! Raus aus deiner Schiefe! Ah! Im Wasser springen, Soldat! Jawohl! Das war eine Kampfernummer. Alles mitnehmen! Jawohl! Nun behalten wir die Schiefe. So. Zurück nach Santa Marta. Ha! Der Gouverneur, der wäre noch nicht so friedlich. Ah, das macht nichts. Schiffbauer aussuchen. Einfach hier. Ja, hier. Oh. Der Park ist noch gut. Okay. Schenk auf Suche. Wir wollen Männer wieder. Oh. Männer sind da. Ajo! Mitkommen, mitkommen. Jungs! Ja, das ist gar nichts. Jetzt ist wieder an. Dieser neue Start. Und was ist das für Schiefe. Spanisch handelt werden wir nun, aber... Komm! Die Mauer kaputt! Die Mauer platzt! Feuer! Ja! 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 Okay. Diese Zungen sind so nicht richtig. Komm mal. Komm mal nicht zu können. Die kommen ja nicht. Ja! 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 Alles gut, zu Klingeln. Ah ja, und der neue Galeone, Galeonendieb, Reifmauern. Oh, ja, 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 ja. Ihr kickt zurück, ihr kickt zurück. Oh, ja, 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 ja. Kante war ein Obf. Und jetzt greifen wir ran. Haben wir noch die Vorteile. Lange schwer, binne! Oh, nochmal der Flick raus, schnell. Der war nicht so mit dem anderen, oder? Raus mit dir, raus mit dir, hopp, hopp, verrast eine Schiffe. Der gehört mir jetzt. Weg, 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 weg. Hopp, weg. Jawohl, 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 noch einen Meter. Jawohl. Behalten wir auch die Schiffe. So, jetzt zurück nach Santa Marta. Jetzt, oh, die Spanier, die sind einfach wahrscheinlich sehr enttäuscht, dass ich hab so viel Schiff plundern jetzt auf einmal, oder? Aber das läuft alles super gut. Oh. Schiffbaueraufsuche. Reiparieren, nehmen wir unsere Schiffe. Schiff Nummer zwei. Alles in Ordnung? Alles in Ordnung? Oh, der hatte ein bisschen Schade, aber das war nicht. Geschenkaufsuche. Keine Männer? Okay. Dann reden wir mit die Gouverneure. Meine liebe Kapitän Red Dogs, dreht doch bitte ein, ah ja. Wie ihr wisst, liegen wir im Krieg. Ja, mit die Spanier, die Engländer, die Holländer. Ah ja, okay. Ich hörte gerade von die kürzlichen Beginnheit, eure Kapitän eine Spanische Handelsgelung, eure Kapitän eine Spanische Barke. Hervorragend, der König wird zufrieden sein, ah ja. Als eine Anerkunft für eure Leistung im Dienst der Französisch kommt, erkenne ich ihr mitfeierlichsten Major. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Fortan sind Schiffüberholungen in die Französisch auf billige Ruhe. Darüber genau schenke ich euch ein anwesend von 50 Morgenland am Raum der Stadt. Ja, ha ha ha. Please do not. Ah, ha ha. Die attraktive Tochter der Trittbetritte der Zimmer. Oh, Erettox. Ihr seid eine recht stadtliche junge Rofe Bolle. Wenn ihr den Oberstitel erlangt habt, könnt ihr mich vielleicht einmal zu groß begleiten. Ja, natürlich. Ah ja, jetzt sind wir groß geworden und jetzt so. Frauen, 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 ehrlich. Aber so war das dann mal zu bestimmen. So, jetzt greifen wir auch wieder. Ah ja, krass. Ja, wir haben nur 25 Meter. Oh. Nee. Ich muss einfach wieder Männer bekommen. Ah, wuh, 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 wuh. Ich muss auch wieder gucken auf die Karte. Aha. Die Karte sagt uns, dass, ja. Ja, wo war das neue Paris? Hallo. Ja, wir haben eine neue Stadt gefunden. Neue Paris. Ah, die ist noch nicht reingetragen, oder wie? Hallo. Und alle Spanier da. Oh je. Alle Spanier. Super. Ne, wir sollen nach Neue Paris gehen. So, wo war Nouveau Paris, oder? Ja, vier Monate. Oh je, oh je, oh je. Und so viel Gold. Und wir haben ja noch nichts gekauft einfach. Oh je. Gehen wir zurück. Ich werde auch sagen, gehen wir zurück, weil sonst sind wir wieder mit Problemen mit den Männern. So, hier, hier. Santa Marta. Was braucht hier Immigranten? Nein, nein, nein. Wollen wir nicht. So, erst mal die Schenkaufsuche. Oh, Männer. Jawohl. Elf Männer mehr. Okay, kommen Sie mit. So, mit dem Ende. Gib mir alles, gib mir alles. So, für 11 Monate kann man reisen. Kann man sägen. Und ich werde sagen, ich versuche mal wieder diese Nouveau Paris zu entdecken. Oh, 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 oh. Moment mal, Moment mal. Moment mal. Moment mal. Moment mal. Wir wollen Kampfe. Oh, 18 Geschütz. Oh, 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 oh. Nein, nein, nein. Das ist wieder eine große Nummer für uns. Pirate. Ah. Und was ist das? Ja. Boah, die sind mit 75 Spenner. Okay, aber dann schieb die noch mal kaputt jetzt. Piraten, Piraten, hallo. Nix mit Piraten. Ah, nein! Oh, jetzt, das wird schwer. Piratangreif, oh nein, das war nicht mein Ziel, aber egal, krieg mal vieler Schiff. Raus, raus, du Piraten, verschwinde, gib mir dein Schiff und alles, was du hast. Jawohl, 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 voranschicken. Ah, komm, komm, vergib dich, gib mir alles. Oh, der kommt wie bekloppt, hallo. Ja, jetzt, jetzt. Ah, komm, komm, gib einfach zu. Gib auf. Jawohl, wir kommen an Bord, du. Und alles mitnehmen. Das Schiff, die verschenken wir auch einfach. Was ist das für ein Schiff? Ah, keine Ahnung, was ist das aber? Da senken wir auch. So, jetzt, die Piraten, die haben uns nicht erwischt. Das war gut gemacht, oder? Aber jetzt, zum Nouveau-Paris, oder? Was ist das hier vorne? Haha. Oh, wir sind Eis hoch. Wir sind Eis. Ah, ja. Komm. Viele an Spanisch anders. So, wir sind alle einfach. Vers. Jawohl, jawohl, wir haben Schade. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jawohl, jawohl, jawohl. Wir greifen an. Wir greifen. Jetzt raus. raus mit dir weg es gibt nicht genug platz auf deine schiffen sonst verschwinde mit einer ganzen männer weg 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 der kampf auch wieder weg mit dir weg weg ich wieder das stimme alles im schiff noch dazu und alles und wer behalten denn schiefe oh getritt war ja das machen wir auch so weit weg Ah, jetzt haben wir so wenige meiner. Oh je, oh je. Oh je, oh je. So. Oh, 13 Männer, ja okay, wir greifen an. Bleib schwer. Das ist vielleicht gefährlich gewesen, aber nicht allein. Ich komme gegen den Kapitän und dann ist der weg. Keine Chance mit mir, keine Chance. Oh, der hat vorbei jetzt. Ah, raus mit dir, raus. Oh, nein. Jetzt verschwinde. Ich werde dich Grille machen. Grille, ich bin die Grille. Oh, nein. Oh, mein Lieber. Und jetzt nicht viel alleine. Oh, nein. Und alles verloren jetzt. Alles. Oh. Ich werde dich griefe und in der Kerke von Rio de la Uscha geworfen. Ah ja, der wird dann gut gemacht. Ich werde dich griefe und in der Kerke von Rio de la Uscha geworfen. Äh. Ein Bestes schon rund 3000. Okay, ich zahle. Ich zahle 3000. Oder? Ah, jetzt wir haben... Ja, hallo. Ich soll weiter gehen. Kein Gold mehr. 3000 bezahlen für rauszugehen aus der Kerke. Aha. Äh. Moment mal, die Karte. Wir müssen zurück nach Santa Marta. Ja, nach Santa Marta müssen wir zurück. So ist das. Und wir müssen noch unsere Schiffe wieder reparieren und Männer holen. Aber... Wir machen das die nächste Mal. Könnte ich sagen. So, ich freue mich für diese... Let's play mit euch. Und ich wünsche euch alle viel Spaß noch mit mir. Und tschüss. Wir sehen uns noch. Bleiben Sie dran. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.